Zwei Brüder auf einer historischen Mission, zwei Helden und ihr größtes Abenteuer. Stell dir vor, ich habe eine kennengelernt. Ihr Name ist Annette und morgen ist die Hochzeit. Eine Reise ins Ungewisse. Ich hatte von Anfang an kein gutes Gefühl. Exzesse an der Wall Street. Eine bedrohte, fremde Welt. Und das alles in einem einzigen Film. Wir haben lange auf euch gewartet. Servus. Servus. Sag mal, Spucki, hast du deine Glopolis dabei? Nur Raskettropfen. Geil! Snusen. Rett euch! Fals! Was ist? Immer angegriffen? 15 Jahre lang habe ich meine Ruhe gehabt. Kaum kommst du daher, geht's wieder los! Ich denke, er hat genug Django. Allein für den Text gehört, der mal wieder ordentlich die Fresse poliert. Oh mein Gott! Was ist das? Gustav. Gustav! Gustav! Jo-Jo-Ba-Öl! Nach Der Schuh des Manitou... ...und Traumschiff's Surprise-Periode 1... Ein Stiefmütterchen. ...die neue Kinokomödie ... Habt ihr denn auch so leichte Schwindelgefühle? Da musst du Bachbrücken nehmen? Na, da brauche ich doch was, Herr Therese. Bulli-Parade, der Film. Ja, Aue, war das jetzt ein Rübser oder bist du traurig?